Cyberbanker Cyberbanker geht von dem Ideal aus, dass das Internet ein freier Ort ist. Internetfreiheit. Es gab Hosting im Cyberbanker, um Leuten einen Ort zu geben, an dem sie ihre Daten und ihre Services sicher lagern konnten. Wir stellen ihnen einen Server, mit dem sie anstellen können, was sie wollen.